Swatika! Hallo liebe Freunde, mein Name ist Kanyana. Heute werde ich gern euch mitteilen durch meine Erfahrungen. Das ist, ich war schon mal krank und ich habe die AC-Methode nicht geheilt und jetzt bin ich total gesund und ich muss gern mitteilen. Ich arbeite im Restaurant durch viele mit den Kunden gesprochen und viel hat gesagt, ich soll etwas machen, meinen Kanal und so weiter und die Leute mich finden können und heute bin ich bereit, langsam mitzuteilen. Entschuldige mich erstmal, dass die Sprache ist nicht perfekt, aber ich tue mein Best um euch mitzuteilen. Die Verursachen von Krankheit, die meisten sind von Ernährung. Das könnt ihr mir schon glauben. Warum Menschen kann? Die meisten, wir ernähren uns voll, total voll und viel zu viel von was unnötig ist. Die neue Welt sind so heiß geworden, wir können nicht mehr wie vorher das System nicht mehr benutzen. Genau wie Milchprodukt, Fleischprodukt und so weiter, so viel geht nicht mehr, geht nicht mehr gut. Und vor allem, wir ernähren uns viel zu viel an die nicht gesunde Sachen, zum Beispiel Kaffee, Kuchen, Wein und vor allem Zigaretten und Alkohol macht unser Immunsystem stärker. Ja, deswegen, wir müssen sehr sehr viel achten durch diesen Punkt. Natürlich, wir dürfen alle essen. Menschen, wir dürfen alle essen, aber und so lange, dass unser Körper entschlagen kann. Aber meistens, der Körper kann nicht mehr entschlagen, weil wir tun immer mehr und mehr rein. Deswegen müssen wir unseren Körper zuhören, zum Beispiel Körper ab und zu dem Menschen, genau wie Kopfschmerzen, Überkei, Schwinderei, schwer im Körper, bisschen Bewegung hin und her, ich bin schon müde, ich bin schon kaputt. Das ist, das ist, das ist die, 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 die Körper, das Immunsystem, die sehr sehr schwach, der kann nicht mehr. Deswegen, der muss kämpfen gegen entschlagen, was nicht in Ordnung im Körper entschlagen. Und der, 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 der muss auch wieder, die Neue, was wir gerade immer, jeden, jedes Mal, äh, dazu tun, dass der, die, die, die , die Körper nicht, 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 äh, Hilfen, stattdessen mehr Arbeit geben. Deswegen, äh, muss man schon, äh, auf die Körper zuhören, was der Beschwer, genau wie Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, normalerweise muss man nicht sofort an die Tablet greifen. Wisst ihr warum? Weil die Kopfschmerzen verursachen, ist sehr viel. Einer davon sind Wetter, Luft und so weiter. Zwei, ich von Immunsystem und, 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 Funktion, unsere Funktion ist, äh, nicht in Ordnung. Weil, äh, zum Beispiel, äh, ich mag auch Darmreinigung, selber. Und ich habe dadurch schon, äh, fast zehn Jahre Erfahrung. Und ich kann sehr, sehr viel mitteilen, wie man wirklich macht. Und Technik. Ein, äh, in einem Tag werde ich euch, äh, äh, richtig erklärt, wie man welche Punkte drücken, dass man, äh, äh, unsere Damen, äh, Aufregung machen, um der, äh, ähm, fleißig und intensiv zu entschlagen. Das kommt mein nächstes Thema. Und mein Thema heute, äh, äh, wie man, äh, äh, ernähren soll. Wieso nicht mehr so viel Fleisch für alle große Tiere ernähren? Natürlich kann man ernähren, aber nicht so oft. Genau wie, ähm, ähm, Fleisch, Schweinefleisch, müssen wir weniger. Wie soll ein kleines Tier, genau wie Ämter, Fisch, und so weiter. Natürlich, ähm, ähm, Tier ist, äh, soll man nicht ernähren. Aber wir müssen leben, Menschen, Freunde, wir müssen leben. Wir sollen auch leben, genießen. Wir können nicht die ganze Zeit nur Gemüse essen. Das, 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 das geht auch nicht. Natürlich. Mein Doktor hat gesagt, wir sollen in sieben Tagen, wenigstens drei bis vier Tagen, äh, äh, ernähren oder gesund leben. Und die anderen Tage können wir machen, was wir wollen. Genau wie, äh, äh, getränken, was, wie ihr müsstet, äh, trinken oder Fleisch oder Kuchen. Ist nicht so schlimm. Wenn wir so, so streng und genau unser Körper wird so, so, wie nennt man, zu clean, wenn man, wenn, wenn der Körper zu clean, immer zu clean, wenn man einmal falsch ernährt, da wird so ein großer Schock für unser Körper, weil der nicht kennt, das geht auch nicht, lieber Freunde. Deswegen kann man schon genießen, leben. Erst, Ernährung, werde ich sagen, erst, äh, wenig Fleisch, wenn, ein kleiner Tier, nicht so, äh, großes Tier. Zwei, wenn wir unser Mann sei essen, wie soll, zum Beispiel gibt es Salat und Fleisch. Wie soll nicht sofort an Fleisch greifen, sondern, okay, ein Stück und dann mehr Salat, mehr und so weiter. Und natürlich, Nummer ein, von unserer Methode, AC-Methode, wir müssen sehr lang kauen, oder sehr gut kauen, dass wir unserem Magen helfen. Da ist schon einer, einer, schon erfolgreich. Und, und, und dann natürlich, äh, bis wir vielleicht, äh, mehr greifen, äh, mit Greifsalat, mehr. Da haben wir schon Fassat. Das ist Gottes, ein guter Trick, das man machen kann. Natürlich, die Aaat können wir zwischen bisschen trinken, aber nicht so viel. Für alle, wir sollen kein kaltes Getränk trinken, liebe Freunde, ist aber ernst. Für alle die älteren Menschen, so, Finger weg von kaltes Getränk. Na? Oder sag lieber nicht nur all ältere menschen wir manchmal junge leute ist schon krank und noch nicht mehr die älter erreicht wisst ihr was ich meine ja viele davon ist schon sogar krankheit und so weiter und so weiter leben noch nicht mal richtig kennen körper ist schon krank zum beispiel das kenne ich auch sehr viel deswegen ist dieser thema richtig zu ernähren ist gar nicht was verkehrt das ist sehr sehr wichtig und sehr sehr wertvoll dass wir daran interessiert sollen liebe freude ist kein quatsch ich komme aus hier aber ich kann nur sagen dass sie mit oder wir sind sehr 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 weit da ist keiner selber loben sondern er geht nicht was wir schon zusammenfassen zusammenfassung schon zum beispiel krebskrankheit wir haben schon geschafft liebe freunde von so dicke krebs haben schon auf kleine ding keine kleinen boden wir haben schon geschafft und vor allem sogar die abeite sukker kankheit wir haben total geschafft ohne mitkommen zu nehmen ohne die insulin zu einspringen vor allem die buchdruck hoch oder blut zu dick wir haben in einer woche geschafft ein tag werde ich euch mehr mitteilen dieser methode aber ich rede erstmal heute thema von gesund ernähren rohkost ist sehr sehr wichtig wir sollen unser körper die natur zurückgeben wieso nicht immer egal was nicht immer an die backofen greifen frittierte sachen das ist total 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 falsch wisst ihr warum ein tag werde ich euch mitteilen das ist wird das nächste thema warum unser stürzgang so hart warum kommt blut unten wenn wir ein paar tage nicht kann toilette warum ich kann euch sehr sehr gut mitteilen dieser thema das wird der nächste thema erster thema mich kennenzulernen ist die ernährung das wichtige thema ich rede von wie man ernähren und dann wie man trinkt soll keine kalt getränke soll kein kohlensäule kohlensäule da ist säure für körper wir sollen basis basis und säule wie muss balance wenig immer greifen kohlensäule ich sehe sehr oft ich bediene im restaurant meine gäste wenn ich sehe dass die gäste nach dem essen schnapp trinken das macht mich sehr sehr traurig aber ich versuche meine kunden mit zu teilen und jetzt habe ich sehr viel gemacht du hast meine kunde habe ich mich mut wie motiviert mit zu teilen und heute werde ich langsam teilen ob etwas vor euch wird wenigstens hört von asia methode was was wir erreicht was wir geschafft ich werde langsam mitteilen ich bin meine kanal ist bachcheong von line in germany ich habe den namen noch nicht gewechselt weil ich teilnamen benutze aber wie gesagt ich erzähle thema ernährung frühstück normalerweise müssen wir gar nicht wisst ihr das müssen wir gar nicht frühstück wisst ihr warum bei abend bin wenn wir ernähren und danach gehen wir im bett oder schlafen die calorie ist noch nicht verbaut oder gebrauch da ist noch alles viel drin wie soll erst mal verbaut wenn wir nicht verbrauch wenn wir immer dazu essen die karo ist noch alle viel drin wie tu immer drauf immer dazu wisst ihr was macht der körper der mag ans sperren sperren abteilung ist an der zeit an magen er den bauch der ich fett wenn man so viel hat wird man aber eine schöne figur hat für alle wird man davon auch kann und dann ich sag morgen soll man nicht frühstück weil wieso erst mal bewegt was wir machen ist nummer eins der wichtigste ist dass mir toilette sitzen kann das raum aber wenig raum das müssen wir etwas tun dass ein damen reinigung oder ein lauf lassen das ist keine keine träume oder fantasie das ist die wahrheit was mir und uns selber retten kann wieso nicht warten bis unser körper überall defekt und dann überall tut weh und beahnt ist und beahnt dann gehen wir zum doktor was machen wir beim doktor her doktor hilf mir mal was habe ich was habe ich wieso doch du wissen was wie was wir haben mit doch du bist doch nicht wie wir leben wie wir ernähren sollen wir doch fragen natürlich doch der fakt nur wie fühlt sich normal die die spitze kollegiert aber nicht an die verursachen kollegiert liebe freunde ich rede ganz ganz vielleicht hin und her aber mein punkt ist wir sollen selber als doctor zu uns selber umgehen wieso nicht einfach unser leben in andere personen namen lassen was ist andere person wer ist die andere person was 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 kennen die die andere person kann doch nicht sein dass alle kinder von uns alles kann nicht sein dass das oder herr doktor die gelernt kennen alle vor uns wir muss selber uns kennen wir muss selber unser ernährungssystem kennen das ist der weg das ist der weg dass wir kollegieren ja kommen wieder zurück bei frühstück thema wie soll viel trinken trinken und dann toiletten kann werden nicht kann machen wir einlaufen oder darmereinigung da ich kein quatsch sagt nicht liebe freunde da ist keine natur das ist natürlich keine natur aber sagen sagen sie mir warum putzen wir die sehne die natur muss die sehne nicht putzen muss ich mir auch niemand duschen die natur leben einfach so das ist die natur warum muss er mir machen weil wir müssen pflegen stimmt ja wenn sagt stimmt dann ist mussten wir muss pflegen dann können wir auch diese abteilung dick darm ist das zum entschlag genau für mich dick darm sind rechtsspeise tonne dann muss mir raus wisst ihr warum ganze körper gibt was nicht gut was die zellen entschlägt und der große entschlag weg ist dick darm der sammer hier um raus aber wenn nicht raus ein tag zwei tag drei tag mancher arme sogar sieben tage noch nicht mal stuttgang machen wisst ihr was das ist die dick darm der lebendig der ich keine tote sagen dass keine tote organ die leben und die die arbeit jederzeit und wenn wir nicht nicht genug nicht genug im körper hat der nimmt von da sagt nicht dass er nicht nimmt wisst ihr warum warum uns dort dann ist so hart weil so war nicht hart durch lange tag nicht mit nicht rauf nicht klo das wird hart dass die damen und die sau die selle wieder hoch was haben wir zu unserem körper getan die ernährung wieder von dir die resten das da kann nicht sein liebe freunde da ist die verursachen von einer krankheit dass wir unsere rechtsspeise wieder zurück ernähren ich rede kein quatsch liebe freunde das ist die wahrheit wenn kollegiert erst kollegiert von die damenreinigung und ernährung da ist schon zwei weg das sehr wichtig sehr sehr wichtig und danach den hilft der körper an der tag wenn ich mitteilen mit themen denen warum müssen wir denen warum müssen wir bewegen warum liebe freunde und weiter frühstück sollen wir nicht machen erst wenn der mage sagt hunger meisen wenn mir ich erinnere erst um zwei uhr denn meine mage merkt sofort das ist so drin ist sofort und 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 natürlich nicht leichter sagen in thailand mehr dreimal am tag aber in deutschland ist gut nur mal in deutschland ihr ist nicht so viel in thailand ist ihr dass meine heimat voll auf ernährung voll auf alles auf vor speise haupt speise nach speise und 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 so weiter wie ernährung wie 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 deswegen wissen auch kann obwohl mir gesünder land aber ihr sei in deutschland ihr ernährt nicht so oft wie wir deswegen ihr seid gesund aber ihr ernährt falsch nur das ist das deswegen ich teile gerne mit euch ich entschuldige mich wenn ich etwas vielleicht zu hart rede aber das ist von meinem herz ich kann all mich teilen und und ich werde weiter reden und mitteilen ja und weil ich gut gut sagen machen müsste was bei mir erfahrung schon passiert ist schon funktioniert ja ich kann mein körper sofort merken dass etwas nicht stimmen ernähren der ist sofort signal der zeigt sofort hallo du hattest was nicht in ordnung gemacht der zeigt sofort und zweite nach frühstück von frühstück sollen wir nicht unbedingt wie so trinken und und wie soll normalerweise entschlagen von oben ich wir können erlaub ich ich sage ich erlaube wasser mit kohlensäule mit bisschen zitrone morgen und wissen zahl sind wir temperatur ein glas zu trinken sofort ja weil unsere damen wird wird von oben rein gekommen und später wenn wir hunger können wir essen und dann liebe freunde abend können wir ernähren aber ob es bitte aber nicht ernähren ob vor allem sauber vor dem schlafen eine stunde nicht nicht machen weil unser magen und damen unser system innen wird nicht nicht aktiv genau wie am wir am tag leben und arbeiten der wird genau wie eingelegt der obst deswegen über alles säure das beursachen wenn man sauer ob essen bevor schlafen eine stunde oder keine ahnung wenn man ob es essen bevor schlafen wird überall säure und dann wenn man so ob es sind wird nach haare fallen dass das habe ich erfahrung damit ich habe ich so so viel erfahrung hat gemacht mit viel ernährung deswegen ich kann sehr sehr gut teilen rohkost ist sehr wichtig ja sehr wichtig aber ich meine rohkost habe rohkost ist nicht 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 so tabu wie die die fast fuß oder gebackene sachen frittiert mit feuer mit ursachen damit dass das schlimmste das ist die schlimmste macht 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 unser körper kann vor allem die korela das und gar nicht mit dem befreundet das ist weil die die dieser stallung die mag uns ernährung die form ist ganz ganz genau wie defekte formen und wie essen defekte formen und dann wer uns erzählt damit sehr sehr beschädigung dieser thema ist bei meiner zukunft thema liebe freunde aber wie gesagt ernähren richtig und wichtig und werden wir uns gesund machen kollegiert von ernährung korrigiert von was wir ein tun wie ist unser körper wie wir haben müsste dann müssen wir tun nicht einfach fast fuß ernähren das ernähren ist egal egal manchmal kann egal sein aber nicht immer kann egal sein weil unser körper da kann ich immer entschlagen wenn wir nicht immer den antun und irgendwann unser körper kann auch uns auch nicht mehr dienen das wollten wir doch nicht oder deswegen ich teile euch gerne heute thema ernährung ich bin asiatin aber die asiat der methode ich sag noch mal ein bisschen sehr weit von der natur ernähren hier wir sind sehr weit wir sind sehr weit deswegen von meinem ganzen herz ich muss auch gerne europäische mitteilen ich bin dankbar ich lebe in deutschland sei 26 jahre und was ich machen kann von meinen mitschmen mitzuteilen was ist erfahrung und wirklich funktioniert das werde ich machen ok liebe freunde heute in germany werde thema beenden vom ganze herz dass ich euch gern teilen hört von mir bald liebe grüße von allen liebe freude auf wiederhören und und und